Und herzlich Willkommen zum Quick-Typ über Functions. Vor wenigen Wochen haben wir Befehle noch als Rewards in Advancements ausgeführt. Mittlerweile wurde diese Feature wieder entfernt und stattdessen Seite 1.12 Pre-Release 1 durch die Functions ersetzt. Jetzt zur Frage, was sind Functions und wie funktionieren sie? Functions sind Texte dann mit der Endung .mc-function, in der ihr eure Spiellogik programmieren könnt, die ihr eure Adventure Maps benötigt. Die Dateien werden analog zu den Advancements im Weltordner unter Data Functions gespeichert. Sie funktionieren genauso wie die Befehle in Advancements, nur sind sie durch die Trennung von den Advancements etwas übersichtlicher und einfacher zu verstehen. Die Befehle werden wie bisher auch von oben nach unten Zeile für Zeile ausgeführt. Eine tolle Neuerung sind die Kommentarzeilen, die mit einer Raute beginnen. Dagegen darf keine Zeile mit einem Slash starten. Weder ein Kommentar noch ein Befehl. Das ist sehr wichtig, wenn ihr Befehle aus Generatoren oder früheren Projekten kopieren solltet. Eine weitere Änderung zu den Advancements. Da wir die Befehle nicht mehr in Anführungszeichen schreiben müssen, dürfen Anführungszeichen in Top-Level-NPT-Tags nicht mehr maskiert, englisch escape werden. Ihr solltet also keine Backslashes mehr auf oberster Ebene von MBT-Tags vor Sonderzeichen setzen. Die Datei mit der Änderung mc-function könnt ihr mit jedem normalen Texteditor erstellen und bearbeiten. Diese Datei legt ihr dann wie bereits erwähnt in den Data Functions Ordner eurer Welt ab. Vorsicht! Der erste Unterordner nach Functions ist Pflicht, da er den Namespace darstellt. Lasst diesen Ordner weg, kann Minecraft diese Datei nicht finden. Ihr könnt dann weitere Unterordner verwenden, um eure Projekte übersichtlicher zu halten. Um eine Funktion auszuführen, führt ihr einfach den neuen Befehl Function, Namespace, gegebenenfalls Unterordner unter den Funktionsnamen ohne mc-function-Endung aus. Eine Funktion wird immer relativ von Caller ausgeführt. Das heißt, der S-Selektor in der Funktion bezieht sich auf den Spieler oder die Entity, die die Funktion aufgerufen hat. Da die Commands Rewards aus den Advancements entfernt wurden, kann stattdessen auf die Functions Rewards zurückgegriffen werden. Hier kann eine Funktion angegeben werden, die nach Erhalt eines Advancements ausgeführt wird. Genau wie die Advancements werden alle Befehle, die in einer Funktion aufgerufen werden, innerhalb eines GameTags ausgeführt, wo wir gleich bei einer wichtigen Besonderheit von Funktionen angekommen sind. Teleports innerhalb einer Funktion wirken sich nur dann auf die nachfolgenden Befehle aus, wenn vor diesem Befehl ein Execute vorangestellt wird. Beispiel, stellt euch diese drei Zeilen in einer Funktion vor. Zuerst werden alle Spieler fünf Blöcke nach oben teleportiert, dann wird ein Smart Block ein Block unter die Position vor dem Teleport und anschließend ein Diamant Block ein Block unter die Position nach dem Teleport platziert. Dekursionen sowie wiederholte bedingte Aufrufe sind auch in Functions realisierbar. Schaut euch dazu das Video von Kevin an. Es ist zwar noch mit Advancements umgesetzt, das Prinzip ist allerdings das gleiche. In dem empfohlenen Video verwendet Kevin eine Main-Funktion als Hauptprogramm. Das wurde nur mit einer GameRue mit den Functions von Mojang implementiert. Mit dem folgenden Befehl könnt ihr Minecraft dazu anweisen, die angegebene Funktion 20 mal in einer Sekunde aufzurufen. Es kann je Welt nur eine Funktion mit der GameRue als Main-Funktion eingestellt werden. Falls ihr auf Module von anderen Mapmakers zurückgreift, könnt ihr das zu erwartenden Konflikten führen. Verwendet statt der GameRue besser wie bisher ein Advancement, das mit Minecraft Trigger 20 mal in der Sekunde ausgeführt wird und ruft von dort aus die gewünschte Funktion auf. Damit vermeidet ihr, dass ihr die Main-Funktion eines anderen Mapmakers überschreibt. Weiterhin könnt ihr bedingte Functions ausführen. Dazu ergänzt ihr den Functions-Buffet um die beiden Parameter ifSelector bzw. unlessSelector. Die Funktion wird bei ifSelector nur dann ausgeführt, wenn der Selector mindestens eine Entity gefunden hat. Analog dazu verhält sich die Anläs-Option genau umgekehrt. Also wird die Funktion nur dann ausgeführt, wenn keine Entity gefunden wurde. Die Funktion wird dann relativ von jeder Entity, die der Selector gefunden hat, ausgeführt. Abschließend lässt sie noch sagen, dass die Vorteile von Functions den von denmaligen Befehlen Rewards und Advancements entsprechen. Sie sind effizienter als Befehle in Command-Blocks und sind unabhängig von den geladenen Chunks abrufbar. Gleichzeitig bieten sie bei großen Projekten eine bessere Übersicht über die Einzelbestandteile und sind gut übertragbar. Und das war's für den Quick-Tipp über Functions. Ich hoffe es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.